Chris, ich reihte mir gerade, die reparieren das jetzt. Wie geil, das ist ja wie für uns gemacht. Ich hab ihn. Calvin, wenn ich du wäre, würde ich darüber springen und ein Pokémon holen. Ja, das ist gut. Safe, safe, safe. Oh mein Gott. Wenn ich ihr wäre, würde ich die Bahn komplett freihändig fahren. Die ganze Bahn. Die ganze Bahn. Good morning Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Für uns geht es heute in den Heidepark und wir spielen, wenn ich du wäre, let's go. Wir sind heute aber nicht alleine. Wir sind nämlich heute mit zwei Special Guests. Die sieht ja aber gleich, wir müssen jetzt erstmal ganz schnell hinfahren. Wir brauchen wieder einen kleinen Zwischenstopp, sie hat noch Hunger. Schatz, damit es so aussieht, als würdest du bezahlen. Ciao, schönen Tag noch. Gut ausgestattet. Kannst du sie abnehmen? Wir sind da. Warum müssen wir jetzt hin? Wie haben wir denn da? Da sind sie. Max, wenn ich du wäre, würde ich jetzt so lange da probieren, den Ball reinzutreffen, bis sie ein Kuscheltier gewinnt. Du musst so lange spielen. Let's go. Kann er nicht. Okay. Mann. Komm, du schaffst das. Letzter Versuch hier. Ich brauche mehr in der Suche. Er ist drin. Yeah. Endlich. Und wir haben einen Gewinner. Yeah. Geil. Hier für dich. Yeah. Sehr schön. Er kann es jetzt rumtragen, ne? Dankeschön. Oh mein Quatsch. Ich weiß, was wir jetzt nächstes fahren. Ich rieche mich gerade. Die reparieren das jetzt. Ich weiß nicht, wo ich sie da reingeschickt habe. Bis wir die beiden. Ich weiß nicht, ob das so gut geht. Also irgendwas reparieren die da jetzt. Ey. Ob die noch wiederkommen? Egal. Machen wir einen Männerabend. Calvin, wenn ich du wäre, ich würde da jetzt reingehen und so lange drin bleiben. Bist du irgendwas gewinnst? Ja? Okay. Viel Glück. Ey, wir haben irgendwas gefunden. Oh mein Gott. Wie geil. Das ist ja wie für uns gemacht. Gibst du ihr Piesch? Piesch. Ich werde so arm. Oh mein Gott. Yo. Wenn du jetzt keine Piesch bekommst, ne? Ich habe gesagt, ich bin so lange, bis wir es schaffen. Oh, nee, das wird auch nichts. Doch, der ist gut. Doch, der ist gut. Nee, der ist nicht gut. Oh. Ja? Nein. Oh, der ist wirklich gut. Ich habe ihn. Der ist gut, der ist gut, der ist... Na. Ey. Kann ich einfach kurz den wegmachen? Ja. Oh, der hat den weggekommen. Hä? Ja. Der wird einfach abgezogen. Das war's mit dem Euro. Mein Euro wieder. Versuch nochmal, keine Ahnung, 20 oder so. Halt die Piesch. Da muss er jetzt nicht die Pieschen fahren. Oh, ich habe ihn. Ich habe ihn. Ich gehe raus. 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 Okay. Ich gehe raus. Calvin, wenn ich du wäre, würde ich da rüberspringen und ein Pokémon holen. Let's go! Ich bin zu klein, ich bin zufrieden. Ich mach's. Okay. Dafür müsst ihr alle rein. Oh mein Gott! 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 Chrissy, ich hab mächtig Hunger. Ich bin dafür, du gibst jetzt mal für uns alle erstmal was aus. Immer wieder gerne. Ja? Ja. Let's go! Alles geht auf Chrissy. Ihr könnt euch bestellen was ihr wollt. Das geht alles auf Chrissy, ne? Oh, also ich nehme, glaube ich, zwei Burger. Dann ist er halt jetzt nochmal. Zweimal ein Getränke und ein Pommes, wer will. Fertig gut an. Okay. Ich hätt ganz gern 16 Cheeseburger einmal. Ich hab bloß ein Pommes. Da kommt unser Essen. Lasst es euch schmecken. Ich bin so der Einzige, der einfach Fleisch isst. Was seid ihr, Leute? Team Veggie oder Team Fleisch? Was seid ihr? Kommitiert mal. Und da wir jetzt gerade eine kleine Stärkung hinter uns haben, würde ich sagen, wir fahren gemeinsam Colossus. Direkt nach dem Essen. Direkt nach dem Essen. Aber es gibt eine kleine Challenge. Das sage ich euch dann gleich in der Bahn. Let's go? Let's go. Okay, komm. Sie wissen noch nicht die Challenge. Sie müssen das Ganze nämlich freihändig fahren. Und ich bin gespannt, wie sie gleich reagieren werden. Wir gehen ja jetzt hin. Max, du siehst ja, das ist nicht gerade niedrig, ne? Nee, das stimmt. Die ist riesig. Wenn ich ihr wäre, würde ich die Bahn komplett freihändig fahren. Die ganze Bahn? Die ganze Bahn. Komm, nicht nur hier vorne. Und Mädels, ihr müsst mitmachen. Oh mein Gott. Ich bin bereit. Es geht los. Oh Gott. Ich bin bereit. Es geht los. Okay. Freihändig. Bravo. Drei. Eins. Und Hände hoch. Nach ein paar Mal und mein Essen kommt wieder raus. Ich würde sagen, wenn nicht du wäre, hast du bestanden. Max, nächste Bahn. Hab ein bisschen Respekt davor, ehrlich gesagt. Wir gehen in den Freefall. Wir mussten die Mädels jetzt draußen lassen, weil sie sich das nicht trauen. Das wird richtig hart, glaube ich. Ja, ich habe auch ein bisschen Respekt davor, aber wir machen es. Oh mein Gott. Bist du sicher, dass du es immer noch fahren willst? Nein. Aber egal, da bin ich durch. Ich weiß ja nichts. 1 bis 10, wie war es? 10 von 10. Oh mein Gott. Ja, nochmal? Oh mein Gott. Fazit? Wir müssen die Mädels mit reinholen. Ja. Oh mein Gott. Seid ihr schon mal diesen Tower gefahren im Heide Park? Schreibt das mal rein. So, die nächste wird eine Wasserbahn sein. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ein bisschen nass. Oh Junge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Okay, okay, okay. Noch entspannt. Boah. Hahaha. Sind wir? Wow, Maxi, muss das nur chillen? Hahaha. Das war's schon bis am Ende. Okay. Geht fit. Wir sind nicht so nass geworden. Ich hab noch irgendwie Hunger. Schatz? Ja? Wenn nicht du wäre, holst du mir jetzt eine Schokobanane. Schon wieder? Wie du denn schon wieder? Du bist aber auch gefressen. Okay, let's go. Wir machen's. Das ist auch alles lecker. Das glaube ich. Deswegen wollte ich auch zwei Bananen einmal nehmen. Okay, machen wir gleich. Geil. Lecker, lecker. Dankeschön, Schatz. Ich hab hier gerade von einem Zuschauer einfach so ein Einhorn geschenkt bekommen. Richtig süß. Auf geht's, Schiff Schaukel. Es geht los. Hey, der eine hat fast gekotzt, ne? Ernsthaft? Ja, gegenüber von uns vier saß ich erst halt so. Hm, ne fünf. Ne vier? Und bei dir? Ja, auch schon. Vier. Oh, hell no. Hier kann man einfach von außen die Leuchte nass machen. Max, wenn ich du wäre, würde ich mich jetzt einfach an eine Kanone stellen und alle nass machen. Okay. Er macht einfach seine eigenen Follower nass. Was ist das? Ja. Los, Max, tschüss. Tschüss. Jawohl. So, es ist jetzt nach 18 Uhr. Wir gehen jetzt in Richtung Ausgang. Und ich konnte noch den Picha gattern. Max und Chrissy, wie fandet ihr es heute? Richtig geil. 12 von 10 heute. Sehr gut. Wo fahren wir als nächstes hin? Kommentiert. Und wir haben natürlich auch noch ein Part bei Max gedreht. Das Ganze ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls ihr nochmal ein Video zu 14 wollt, kommentiert einfach mal Hashtag Heidepark. Mittlerweile hat der Park auch schon geschlossen. Deswegen müssen wir jetzt einfach den Notausgang nehmen. Oho. Wir gehen jetzt einfach hier durch. Darf man das? Haha. Und ich sage, es sieht nach Ausgang aus, würde ich sagen, oder? Ja. Damit verabschieden wir uns heute auch schon von Max und Chrissy. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Aber das war es noch nicht. Oh ja, stimmt. Bleib dran. Denn wir haben noch was krasses geplant. Mhm. Denn wir haben noch für euch heute ein... Macbook. Denn dieses Macbook geht an einen meiner Follower raus. Kommentiert einfach, warum ihr das Ganze haben wollt. Und damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende des Videos. Vergesst nicht das Video zu bewerten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.